Nun sind wir auch schon beim letzten Gadget angekommen und das Ganze ist ein Video-Grabber. Ja, jetzt stellt sich natürlich erst mal die Frage, was ist das genau bzw. was bringt das? Ich in meinem Fall habe das benutzt, um alte Videokassetten, also VHS-Kassetten zu digitalisieren. Das ist nämlich extrem praktisch und sowas könnt ihr zum Beispiel hier drüber machen oder ihr könnt eure Spielekonsole darüber anschließen, euren Apple TV oder auch eine alte Videokamera. Dann könnt ihr das Ganze über ein AV-Kabel hier direkt anschließen und könnt dann den Inhalt, der darüber wiedergegeben wird, hier drüber digitalisieren, aufnehmen und auf einer SD-Karte speichern bzw. auch an der externen Festplatte. Das könnt ihr dann im Menü auswählen, wo das gespeichert werden soll, ob SD-Karte oder halt Festplatte. Vom Workflow ist es eigentlich super simpel. Ich habe eigentlich das jeweilige Endgerät, was ich halt digitalisieren möchte, zum Beispiel der VHS-Videorekorder, hier über HDMI anschließen. Da brauche ich zwar noch einen Adapter, aber das hat dann auch gut funktioniert. Also hier drüber einfach anschließen und dann sehe ich auch über das Display hier, was denn jetzt eigentlich abgespielt wird. Und dann kann ich hier noch so ein bisschen Einstellungen vornehmen, also Helligkeit und so weiter. Aber das passte alles bei HDMI wirklich sehr, sehr gut. Ich habe manchmal gelesen, dass es beim AV-Kabel vielleicht ab und zu etwas dunkel sein konnte. Konnte ich jetzt in meinem Fall nicht testen, aber bei mir hat alles gut funktioniert. Und dann kann man jetzt diesen Inhalt aufnehmen und dann in dem Fall speichern, was auch sehr gut ist. Das Ganze funktioniert kabellos. Also hier ist ein Akku drin, das heißt, ich brauche das Ganze nicht unbedingt extra jetzt an eine Steckdose anschließen und so weiter. Es gibt dann hier noch ein paar weitere Anschlüsse. Also wie gesagt, ein AV-Ausgang, USB-C, ein USB-Type-C-Port oder auch ein paar Buttons für die Lautstärke, Helligkeit oder natürlich, um sich durch das Menü navigieren zu lassen. Und ein SD-Karten-Port. Den habe ich meistens benutzt, um da halt das Material speichern zu können. Das Ganze wird aufgenommen in 1080p mit 60fps. Ich finde das, gerade wenn man halt altes Material hat, was man digitalisieren möchte, vollkommen ausreichend. Denn das Material ist meistens nicht in 1080p und auch nicht in 720p. Aber das ist auf jeden Fall mehr als ausreichend. Und ich muss sagen, mir hat das wirklich gut gefallen. Das ist auch sehr hochfertig verarbeitet. Also das ist, glaube ich, hier auch aus Aluminium. Ja, das macht auf jeden Fall auch einen hochwertigen und vor allem robusten Eindruck. In meinem Fall hat es sehr, sehr gut funktioniert, was ich digitalisieren wollte. Ich habe eigentlich immer alles über HDMI angeschlossen. Da hatte ich jetzt gar keine Probleme. Und ja, wie gesagt, in meinem Fall, ich kann nur von mir sprechen. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Das Einzige, was so ein bisschen schmerzt, ist der Preis. 200 Euro kostet das Ganze. So ein bisschen günstiger wäre auf jeden Fall schön gewesen. Aber wie gesagt, in meinem Fall hat alles funktioniert. Und wenn man dann die alten Filme und Kassetten digital hat, ist doch auch mal was Schönes. Und wenn man dann die alten Filme und Kassetten digital hat, ist doch auch so ein bisschen schmerzt, ist doch auch so ein bisschen schmerzt, ist doch auch so ein bisschen schmerzt, ist doch auch so ein bisschen schmerzt.